Das ist Dani Felber mit einer ganz persönlichen Nachricht im Auftrag von der Terz Stiftung. Liebe Projektpartner, wir wünschen schöne Weihnachten und ein gesundes 2021. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Anno y Felicidad. We want to wish you a Merry Christmas, we want to wish you a Merry Christmas, we want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Joyeux Noël, Merry Christmas. Frohe Weihnachten.